Die größte Geschichte aller Zeiten. Natürlich wasche ich meine Hände in Unschuld. Ich hab ihn verleugnet. Nennt mich Verräter. Doch ich konnte nicht anders. Liebe macht unsterblich. Liebe ist Verzeihung. Eine Geschichte von Liebe. Das Musik-Event live aus Kassel. Mit den besten deutschen Popsongs. Liebe ist alles. Die Passion live am Mittwoch vor Ostern. Und streamen auf RTL Plus.